Mehr als genug Bewegungsfreiheit haben Sie in diesem Škoda aus dem Jahr 2008. Er hat einen Benzinmotor und eine Automatik. In diesem Škoda verfügen Sie über eine Geschwindigkeitsregelanlage, fordere Sitzheizung und eine Klimaautomatik. Unter der Vielzahl an Extras fallen auf ESP, Tagfahrlicht und Traktionskontrolle. Ebenfalls ist dieser Škoda mit Dachreling und Leichtmetallfelgen ausgestattet. Neugierig? Rufen Sie uns jetzt an für eine Probefahrt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017